Female Model Marietta mit Klebeband auf dem Körper Tape Photography, bunte Aktofotografie, in Clips of Fototipps und Bildideen Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Tape Photography, ein künstlerischer Trend in der Aktfotografie In der Welt der modernen Fotografie hat sich die Tape Photography, insbesondere in der Aktfotografie, als aufstrebender Trend etabliert. Diese Technik, bei der bunte Klebebänder kreativ auf den Körper eines Models aufgebracht werden, fasziniert durch ihre Kombination aus Verhüllung und Offenbarung. Sie bietet Fotografen und Models eine besondere Möglichkeit, den menschlichen Körper künstlerisch neu zu interpretieren. Durch den Einsatz von buntem Klebeband entstehen ungewöhnliche geometrische Muster und Formen, die den Körper als Leinwand nutzen und visuelle Spannung erzeugen. Die Ästhetik der Tape Photography Tape Photography unterscheidet sich von der klassischen Aktfotografie durch den gezielten Einsatz von Tape, das oft in Neonfarben, Pastelltönen oder Metallicoptik auf den Körper aufgetragen wird. Diese Art der Aktfotografie ist besonders ausdrucksstark, da das Tape nicht nur als Verhüllung dient, sondern durch seine geometrischen Formen und leuchtenden Farben den Körper zu einem Kunstwerk werden lässt. Es entsteht eine interessante Balance zwischen dem Verbergen und dem Hervorheben bestimmter Körperpartien, was sowohl ästhetisch ansprechend als auch kreativ inspirierend ist. Diese Technik zieht nicht nur Fotografen an, sondern auch Kreative aus der Mode-, Kunst- und Designwelt. Tape Photography eröffnet neue Wege des künstlerischen Ausdrucks, indem sie konventionelle Schönheitsideale infrage stellt und den Fokus auf innovative Inszenierung legt. Tipps und Tricks für die Umsetzung von Tape Photography Die Wahl des richtigen Klebebandes und der Farbpalette ist entscheidend für den Erfolg eines Tape Photography Shootings. Hier einige nützliche Tipps. Wähle hautfreundliches Tape. Es ist wichtig, ein Tape zu verwenden, das leicht zu entfernen ist und keine Rückstände auf der Haut hinterlässt. So bleibt das Shooting angenehm und schmerzfrei für das Model. Kräftige Farben oder zarte Töne, Neonfarben und Metalliktöne erzeugen intensive visuelle Effekte, während Pastellfarben eine weichere, elegantere Stimmung vermitteln. Symmetrie und Asymmetrie Symmetrische Muster schaffen ein Gefühl von Harmonie, während asymmetrische Platzierungen eine dynamischere und aufregendere Bildkomposition ermöglichen. Licht und Schatten gekonnt einsetzen. Weiches Licht betont die Hautstruktur und das Tape subtil, während harte Lichtquellen für dramatische Schatten und Kontraste sorgen. Muster und Motive Lass dich von geometrischen Formen inspirieren, Dreiecke, Linien oder Kreise, um interessante Designs zu kreieren. Technische Aspekte, Kameraeinstellungen und Lichtführung Für Tape Photography ist es essentiell, die technischen Einstellungen der Kamera sorgfältig anzupassen. Eine hohe Auflösung hilft, die Details des Tapes und der Hautstruktur klar darzustellen. Der Einsatz von verschiedenen Blendenöffnungen ermöglicht es, das Modell scharf abzubilden und gleichzeitig den Tape-Effekt im Vordergrund zu halten. Die richtige Beleuchtung spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle. Weiches Licht kann dazu beitragen, eine warme Atmosphäre zu schaffen, während härtere Lichtquellen die Linien und Formen des Tapes klar hervorheben. Der gezielte Einsatz von Farbfiltern verstärkt die Wirkung der bunten Klebestreifen und erzeugt ein besonders intensives Farbspiel. Kreative Ansätze und Ideen für einzigartige Bilder Es gibt unzählige kreative Möglichkeiten, die Tape Photography umzusetzen. Du kannst mit minimalistischem Design arbeiten, bei dem nur wenige Klebestreifen den Körper schmücken oder extravagante, den gesamten Körper bedeckende Muster kreieren. Auch die Kombination von Tape mit anderen Materialien wie Stoffen, Glitzer oder Accessoires eröffnet weitere kreative Freiheiten. Eine interessante Idee könnte es sein, das Tape so anzubringen, dass es eine zweite Haut bildet. Durch die geschickte Platzierung des Tapes entsteht ein Effekt, als ob das Modell eine futuristische Kleidung trägt. Ebenso lässt sich das Tape als Erzählmittel nutzen, um Emotionen oder bestimmte Themen wie Jahreszeiten, Natur oder kulturelle Symbole zu visualisieren. Herausforderungen und Zusammenarbeit mit dem Model Tape Photography erfordert Geduld und Präzision, sowohl von Fotograf als auch Model. Das Anbringen des Klebebands kann zeitaufwendig sein, da jedes Detail stimmen muss, um die gewünschte ästhetische Wirkung zu erzielen. Eine enge Kommunikation zwischen Fotograf und Model ist dabei essentiell, um sicherzustellen, dass sich das Model während des gesamten Prozesses wohlfühlt und das Ergebnis beeindruckend wird. Das Model muss oft für längere Zeit stillhalten, während das Tape platziert wird, weshalb regelmäßige Pausen und eine offene Atmosphäre wichtig sind. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht es, dass das Model sich selbstbewusst präsentiert und das Endergebnis sowohl ästhetisch als auch künstlerisch überzeugt. Top 10 Tipps für beeindruckende Tape Photography Hautfreundliches Tape verwenden Wähle Tape, das sich einfach und schmerzfrei entfernen lässt. Leuchtende Farben Nutze kräftige Farben wie Neon oder Metallic, um starke visuelle Effekte zu erzielen. Kombiniere Symmetrie und Asymmetrie. Diese Technik sorgt für visuelle Spannung und ein ausgeglichenes Bild. Licht und Schatten gekonnt einsetzen. Experimentiere mit verschiedenen Lichtquellen, um die Textur des Tapes und die Körperkonturen hervorzuheben. Geometrische Muster einbauen. Muster wie Dreiecke, Linien oder Kreise verleihen der Komposition Struktur und Tiefe. Serien und Mottos entwickeln Erstelle eine Serie von Bildern, die durch unterschiedliche Farben oder Formen eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Texturen mischen Verwende glänzendes, mattes oder rauhes Tape, um verschiedene Oberflächenstrukturen zu erzeugen. Körperkonturen betonen Das Tape eignet sich hervorragend, um bestimmte Körperpartien gezielt hervorzuheben. Hintergründe geschickt nutzen Ein kontrastreicher Hintergrund kann das Model und das Tape besonders gut in Szene setzen. Kreativität in der Nachbearbeitung Nutze Bildbearbeitungsprogramme, um die Farben zu intensivieren und Kontraste herauszuarbeiten. Tape Photography ist ein künstlerisches Medium mit einem enormen Potenzial für kreative Ausdrucksformen. Indem der menschliche Körper zur Leinwand wird, entstehen einzigartige Kunstwerke, die sowohl ästhetisch als auch konzeptuell überzeugen. Mehr im Buch Kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos Smartphone-Fotografie Profi-Tipps mit dem Handy für Freizeit, Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Post sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.